Hallo und Willkommen bei PrepperFox. Ich zeige euch ja immer wieder gerne, wenn sich in meiner Krisenvorsorge etwas ändert oder etwas dazu kommt. Und heute geht es um etwas, das wirklich Leben in meine Vorsorge bringt. Mehr dazu nach dem Intro. An und für sich versuche ich seit Beginn meines YouTube-Kanals immer Tipps zu bringen und Produkte vorzustellen, die ein Otto-Normalverbraucher auch umsetzen kann oder sich besorgen kann. Im heutigen Video ist das vielleicht etwas anders und ich möchte das nur zu Beginn gleich klarstellen, dass mir das vollkommen bewusst ist, dass diese Möglichkeit wahrscheinlich nicht jeder von euch da draußen haben wird. Bei uns war es auch nur ein glücklicher Zufall, dass wir das jetzt umsetzen konnten und es hat auch jetzt nicht unbedingt zwangsläufig mit der Krisenvorsorge etwas zu tun, aber es ist auch in diesem Sinne nützlich und davon möchte ich euch heute erzählen. Ich denke, ich habe das in einigen Videos bereits erwähnt, dass bei uns die Chance besteht, dass wir Hühner bekommen und seit einiger Zeit ist es soweit. Drei Hühner leben jetzt mit uns gemeinsam im Haus und das sind die hier. Sie haben sogar Namen, also das ist die Isabella, das hier ist die Andrea und das ist Little Blue und die Namen hat natürlich die Vorbesitzerin vergeben, das haben nicht wir gemacht und ich muss gleich dazu sagen, dass der Grundgedanke hier nicht die Krisenvorsorge war. Es war eher so, dass eine gute Freundin von meiner Frau, die Melli, Hallo Melli, falls du das siehst, bereits Hühner hatte und sie hat jetzt beschlossen in die USA zu gehen, weil ihr Mann beruflich dort tätig ist und das wird ein paar Jahre dauern. Also hat sie einfach einen Platz gesucht, wo sie ihre Hühner unterbringen kann und meine Frau hat sich hier eben angeboten, dass wir diese Tiere aufnehmen und uns gut um diese Tiere dann kümmern. Es ist jetzt so, dass ich trotzdem den Gedanken der Krisenvorsorge hier sehe, weil was sind die klaren Vorteile, wenn man Tiere zu Hause hat. Im Falle der Hühner ist es klar, wir bekommen Eier und das hat auch von Anfang an sehr gut geklappt. Also wir wissen jetzt schon momentan nicht mehr, wo wir mit den ganzen Eiern hin sollen. Natürlich teilen wir diese bei uns ein bisschen in der Verwandtschaft auf, aber im Endeffekt legen die Tiere fast jeden Tag drei Eier, also pro Huhn ein Ei und das ist schon eine ganz gute Selbstversorgung. Wobei das Wort Selbstversorgung möchte ich hier gar nicht verwenden, weil drei Hühner sind jetzt für mich keine Selbstversorgung und natürlich müssen wir trotzdem auch noch Lebensmittel kaufen. Also die Hühner ersetzen jetzt nicht die Lebensmittel, die wir aus den Geschäften bekommen, aber es ist eben eine zusätzliche Versorgung, die, wenn es jetzt kein Geschäft geben würde, trotzdem weiterlaufen könnte. Und noch dazu sehe ich Eier als sehr wertvolle Nahrungsquelle, weil sie eiweißreich ist, von den Kalorien her gut passt. Sie halten lange, wenn sie auch nicht gekühlt sind. Also Eier sind relativ einfach auch aufzubewahren und auch zu verarbeiten und das ist schon ein riesengroßer Vorteil, wenn ich an eine Krise denken würde, vielleicht jetzt einen Blackout, wo ein paar Wochen die Geschäfte nicht öffnen, dann habe ich zumindest Eier als Nahrungsquelle zur Verfügung. Bei dem Futter ist es natürlich auch vorteilhaft, weil Hühner sehr genügsam sind. Also Hühner zu füttern ist jetzt nicht die große Herausforderung und wir haben auch einiges an Nahrung für die Hühner bereits auf Vorrat. Also auch da denken wir im Sinne der Krisenvorsorge, dass die Hühner trotzdem versorgt werden würden, wenn sie auch nichts aus irgendwelchen Geschäften bekommen und auch Küchenabfälle und so weiter kann man natürlich an die Hühner verfüttern und auch die Dinge, die ich im Garten so stehen habe, die dort wachsen, sind bei den Hühnern gut angebracht. Also die essen Gurken und Himbeeren und Erdbeeren, alles was halt bei mir so im Garten wächst, kann man auch an die Hühner verfüttern und das ist schon mal ein Vorteil. Was ich mal sagen muss, ist, dass die Hühner solche Eier legen, wie wir sie aus dem Geschäft nicht kennen. Also der Geschmack ist schon mal ein wenig anders, dass man merkt einfach, dass diese Tiere anders gefüttert werden als die Hühner, die die Eier für die Geschäfte produzieren. Die Schale ist um einiges dicker als in den Geschäften, also da merkt man schon, dass da ein gewisser Unterschied besteht. Übrigens sind diese Hühner Hybrid-Hühner und die sind eigentlich genau für das Eier legen konzipiert und wie gesagt, funktioniert seit am Beginn, also seit dem ersten Tag, als wir die Hühner bekommen haben, funktioniert das wirklich gut und es ist jeden Tag zumindest ein oder zwei oder manchmal auch drei Eier, die wir verwenden können. Sicher kann man im Zuge von Krisen auch daran denken, das Fleisch der Hühner zu verwenden, aber das ist ein Gedanke, der mir so gar nicht gefällt. Mir wäre es lieber, wenn keine Krise kommen würde und diese Tiere einfach in Ruhe und Frieden alt werden können und uns einfach ein paar Jahre mit Eiern versorgen und dann ihren Lebensabend hier bei uns genießen können und nicht irgendwo auf einem Teller landen. Das wäre mir wirklich lieber, aber ich müsste lügen, wenn ich nicht den Gedanken auch hätte, bevor ich verhungere, würde ich mich wahrscheinlich auch an so einem Tier bedienen, aber das ist eben wie gesagt ein Gedanke, der mir auch selber nicht unbedingt gut gefällt. Damit es den Tieren bei uns auch gut geht, musste ich natürlich einiges an der Infrastruktur schaffen. Also meine Frau hat einen Hühnerstall besorgt, der mir besonders gut gefällt eigentlich vom Design her. Wir haben dann noch eine automatische Tür an diesen Hühnerstall angebracht, damit die Hühner in der Nacht auch mit einer geschlossenen Tür verbringen können und hier keine Tiere eindringen, wie ein Marder oder was auch immer halt einem Huhn gefährlich werden kann. Wir haben zusätzlich noch ein Dach gebaut, damit dieser Stall auch zusätzlich noch vor Regen und Wind geschützt ist. Wir haben auch einen speziellen Platz ausgesucht, damit dieser Stall einfach ein wenig geschützt ist von der Sonne, vom Wind und so weiter. Also zwischen ein paar Pflanzen haben wir das angebracht, wo es halt ein bisschen kühler ist und die nicht in der prallen Sonne dann im Stall leben müssen. Zusätzlich haben wir natürlich einen großen Auslauf abgesteckt mit einem Zaun. Hier können die sich die Tiere frei bewegen und dieser Auslauf wird dann auch wahrscheinlich regelmäßig umgesteckt, also damit sich auch die Wiese wieder etwas erholen kann, weil das sind halt doch Tiere, die sehr viel in der Erde herum schaben und nach Tieren suchen und das merkt man dann schon, dass das die Wiese sehr in Mitleidenschaft zieht. Aber es ist hier eine Hanglage, da ist mir das auch egal, weil dann muss ich das wenigstens nicht abmähen. Also für mich auch ein Vorteil, dass ich mir hier ein wenig Arbeit erspare und die Hühner für mich die Pflege des Rasens quasi übernehmen, indem sie mehr oder weniger den Wertekotierer spielen und hier auch das Moos und so weiter aus der Wiese entfernen. Was natürlich auch nötig war, ist eine entsprechende Versorgung mit Nahrung, mit Wasser. Es gibt sogar eine Sandkiste, wo die Hühner einfach Sand baden können. Das machen sie auch sehr gerne, glaube ich. Es gibt auch ein paar schattige Stellen unter den Pflanzen, wo sie sich in Ruhe ausruhen können, wenn es gerade wie jetzt sehr heiß ist. Und ich denke schon, dass sich die Tiere bei uns sehr wohl fühlen und dass das auch in Ordnung ist und dass das einfach für sie passt und sie alles haben, was sie brauchen und einfach sich wohlfühlen bei uns. Was mir an Hühnern ganz gut gefällt, ist, dass sie im Grunde wirklich absolut pflegeleicht sind. Für einen Huhn braucht man jetzt nicht allzu großes Wissen. Meine Frau hat sich selbstverständlich ein Buch besorgt, wie man mit Hühnern gut umgeht. Wir haben auch einen Nachbar, der Kleintierzüchter ist. Auch den können wir fragen, wenn etwas unklar ist. Und von der Vorbesitzerin haben wir natürlich auch viele Tipps bekommen, wie wir mit den Tieren umgehen sollten. Aber wenn sie mal grundsätzlich die Dinge haben, die sie brauchen, also etwas Nahrung, einen Stall, was zu trinken, eine Umgebung, in der sie sich bewegen können, dann läuft das im Grunde wie von selbst. Die Hühner gehen am Morgen raus aus dem Stall. Wenn sich die Tür öffnet, befinden sich dann meist den ganzen Tag über draußen, außer wenn sie wieder in den Stall gehen, um Eier zu legen. Und am Abend gehen sie meist zur selben Zeit oder wenn es halt dunkel wird, rein in den Stall und die Tür geht zu und die Sache ist erledigt. Man braucht hier nicht wirklich groß viel zu machen. Natürlich muss man bei den Hühnern auch mal den Stall ausmisten, das Wasser nachfüllen, etwas Nahrung zu ihnen bringen und so weiter. Aber an und für sich hält sich der Aufwand aus meiner Sicht jetzt in Grenzen und das überlasse ich auch ganz ehrlich gesagt zum Großteil meiner Frau. Das hat sie auch von Anfang an so gesagt, dass sie das übernehmen wird und ich mir hier keine großen Gedanken zu machen brauche. Ich bin einfach als Unterstützung da gewesen, um die Grundbedingungen für die Tiere zu schaffen und somit haben wir dieses gemeinsame Projekt ganz gut über die Bühne gebracht bis jetzt. Was ich als Technikfreak natürlich machen musste oder machen wollte, ist eine gewisse Überwachung der Hühner und auch des Geheges und das habe ich mittels Kameras realisiert. Es gibt eine bewegliche Kamera, die auch eine Zungfunktion hat, wo ich oder wo wir das ganze Gehege einfach überprüfen können, ob alles in Ordnung ist. Vor kurzem war zum Beispiel mal ein ein kleines Zwerghuhn vom Nachbarn im Gehege. Das habe ich dann über die Kamera gesehen und natürlich entsprechend dafür gesorgt, dass das wieder dorthin kommt, wo es hingehört. Es gibt aber auch eine Kamera im Stall. Das war uns wichtig, damit wir am Abend auch schauen können, ob alle drei Tiere dann im Stall drinnen sind, wenn sich die automatische Türe schließt, dass die auch wirklich dort sind, wo sie hingehören und ihre Ruhe drinnen haben. Es kam auch schon mal vor, dass eines der Hühner über den Zaun gehüpft ist. Auch das ist natürlich wichtig zu sehen und damit man auch entsprechend dann eingreifen kann und das Huhn wieder zurückbringen kann. Wobei sie sich, glaube ich, jetzt schon soweit heimisch fühlen bei uns, damit sie auch zurückkehren, wenn sie mal das Gehege verlassen würden. Ich denke, dass wir diesen Tieren hier bei uns zu Hause eine gute Umgebung geschaffen haben, damit sie sich wohlfühlen, damit sie das haben, was sie brauchen. An und für sich wäre ich nicht so der Typ, der gerne Tiere hat, weil ich einfach keine Verantwortung für ein Tier übernehmen möchte. Da sich aber meine Frau eben bereit erklärt hat, die Tiere dieser Freundin zu übernehmen und ich dann das doch für gut befunden habe und im Sinne der Krisenvorsorge ist das natürlich auch nützlich, wenn wir eigene Eier haben, finde ich das ganze Projekt jetzt in Ordnung und ich bin froh, dass wir diese Tiere haben und ich denke, dass die Freundin von meiner Frau auch froh ist, dass die Tiere einen guten Platz gefunden haben und wir werden uns so gut es geht um diese Tiere kümmern und einfach schauen, dass es ihnen gut geht. Was mich heute von euch interessieren würde, wäre, ob ihr selber Hühner habt oder Tiere generell habt, was ihr von so einer Möglichkeit haltet, ob ihr sowas vielleicht in Zukunft mal vorhabt, ob ihr überhaupt die Möglichkeit dazu habt, schreibt mir dazu bitte einfach euren Input unten rein, es würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten werde ich das Video heute gar nicht mehr so lange gestalten, ich wollte euch einfach nur erzählen, dass es jetzt eben etwas Lebendiges bei mir in der Krisenvorsorge gibt, was halt nicht so alltäglich ist und wo ich einfach froh darüber bin, dass wir das haben und somit möchte ich das Video dann in dem Sinne auch schon wieder abschließen und ich hoffe, dieses kleine Update von meiner Krisenvorsorge hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hier lasst, ihr könnt mein Video selbstverständlich auch gerne teilen und ganz wichtig, vor allem in letzter Zeit, ich brauche oder ich möchte euch einfach darum bitten, dass ihr ein Abo macht, die werden in letzter Zeit immer weniger und ich weiß noch immer nicht genau warum und mir hilft das einfach weiter und für euch ist das kein großer Aufwand. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Prepper Fox.